Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wir haben es Anfang Januar, es ist grau draußen, es regnet, es sind Minusgrade und es macht so überhaupt gar keinen Spaß draußen zu fotografieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt mal genau für diese Jahreszeit oder auch generell für schlechtes Wetter euch mal eine kleine Serie machen, wie ihr ganz einfach zum Beispiel Food- oder Produktfotografie zu Hause machen könnt. Und heute fangen wir an mit einem schönen, leckeren, altdeutschen Apfelkuchen. Und selbst den habe ich nicht mal selbst gemacht, sondern ich habe ihn nur gekauft. Aber wie ihr aus so einem simplen Apfelkuchen so ein Foto hier zaubern könnt. Und das Ganze ziemlich einfach und mit wirklich geringem Kostenaufwand, ganz einfach bei euch zu Hause, auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Esstisch, in der Küche, auf der Arbeitsplatte, wo auch immer. Das zeige ich euch jetzt mal im Video. Ich habe für euch jetzt hier mal eine klassische Situation vorbereitet, die ihr vielleicht bei euch zu Hause vorfindet. Das heißt, ich habe hier eine Platte, könnte bei euch eine Tischplatte sein, der Esszimmertisch, der Wohnzimmertisch, vielleicht auch die Arbeitsplatte in der Küche. Und das Ganze wollen wir nutzen, um jetzt ein cooles Foto von, in diesem Fall, unserem Apfelkuchen zu machen. Den Apfelkuchen, sage ich ganz ehrlich, habe ich nicht gebacken, sondern den habe ich mir einfach im Discounter besorgt. Der sieht so schon ganz nett aus, ist jetzt nicht so unfotogen. Und genau von dem machen wir jetzt mal ein cooles Foto. Fotos, gerade so Food-Fotografie, geht in den Stockagenturen sehr gut. Finde ich immer ziemlich cool. Meine laufen da ziemlich gut. Wenn ihr mal Interesse habt, gerade auch wenn es draußen einfach schlechtes Wetter ist, nehmt euch irgendwas aus dem Kühlschrank. Vielleicht habt ihr was Tolles oder ihr könnt selber backen und dann macht einfach mal ein tolles Foto davon. Macht Spaß und ihr müsst nicht rausgehen, werdet nicht nass und ihr friert nicht. Was brauchen wir jetzt aber, um da ein cooles Foto draus zu machen? In der Regel werdet ihr genau die Situation haben, die ich hier habe. Das heißt, ihr habt ja euren Apfelkuchen, ihr habt eine Arbeitsplatte, wenn ihr Glück habt, ist die aufgeräumt. Oder euren Wohnzimmertisch und dann macht ihr ein Foto von dem Apfelkuchen. Genau das machen wir jetzt mal. Ich habe hier meine Kamera aufgebaut, Canon RSR, mit dem Sigma 24-105 mm. Dann habe ich jetzt hier vorne den Fokus auf meinen Apfelkuchen genommen. Ich möchte ein bisschen Unschärfe drin haben. Ich habe hier den vorderen Bereich, den habe ich anfokussiert. Dann habe ich Kameraeinstellungen. Es ist hier drin natürlich, ich habe jetzt kein zusätzliches Licht aufgebaut, um euch auch einfach hier das so einfach wie möglich zu zeigen. So, und dann verändern wir hier mal die Einstellungen, so wie ich sie haben möchte. Ich kann mir jetzt natürlich ein ISO 100 nehmen, auch mit den schlechten Lichtverhältnissen. Ich habe eine Blende 4 genommen. Mehr geht auf dem Blende nämlich nicht bei dem Sigma. Und dann verändere ich jetzt hier mal meine Verschlusszeit. Und dann kommen wir hier, wo sind wir hier, bei 0,3 Sekunden Verschlusszeit. Also, ISO 100, Blende 4 und 0,3 Sekunden Verschlusszeit. Und dann machen wir jetzt mal das erste Foto. Ich habe einen Autofokus angelassen, habe hier nochmal eine Vorauslösung eingestellt. Und dann machen wir hier das erste Foto. Ich habe gerade gesehen, ich habe aus Versehen 10 Sekunden eingestellt. Das ändern wir gleich nochmal. Ich habe es von der letzten Outdoor-Fotografie übrig gelassen. Aber jetzt hier, 10 Sekunden sind um und dann haben wir das erste Foto. Tja, das ist so die Situation, die viele von euch wahrscheinlich zu Hause auch dann haben, wenn sie zum Beispiel auf dem Stubentisch fotografieren. Wir haben hier vorne den Apfelkuchen. Der sieht schon lecker aus und nett aus. Aber so der Hintergrund, ihr seht es ja auch bei mir im Studio, stehen natürlich Stative stehen bei mir rum, Hintergründe stehen rum. Es steht noch eine Lampe rum. Ah ja, und so richtig toll, so ein richtig schönes Stockfoto zum Beispiel oder ein Foto, was man bei Instagram teilen könnte. Tja, ist das irgendwie nicht so richtig. Was können wir machen, um das schon mal zu ändern? So eine weiße Platte finde ich immer, das sieht nach nichts aus. Deshalb, ich habe ganz lange wirklich Holzhintergründe oder Untergründe verwendet. Da habe ich mir große Platten aus Holz zusammengeschraubt, alte Bretter rausgesucht. Mittlerweile bin ich davon weg, denn es ist unheimlich schwer, unheimlich sperrig. Es steht überall rum und mittlerweile verwende ich hier einfache Papphintergründe. Es gibt nämlich Papphintergründe und zwar, ich zeige euch die mal. Ich habe euch hier mal einige vorbereitet, den Kuchen schieben wir mal ein bisschen zur Seite. Und zwar gibt es solche Papphintergründe und die sind beidseitig bedruckt. Meine, die ich alle habe, sind von der Firma LensAid. Kann ich euch nur empfehlen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Und zwar sehen die so aus. Dann seht ihr das hier schon. Die sind bedruckt in den unterschiedlichsten Formen. Ich hatte in einem meiner Videos mit der Dark Photography euch das ja auch schon gezeigt. Und die sind jeweils, ihr seht es hier, beidseitig bedruckt. Das Ganze gibt es so als Holzfurnier, es gibt es auch als hellen Hintergrund. Hier haben wir zum Beispiel mal einen hellen Hintergrund. Und helles Holz finde ich auch ziemlich cool. Ich glaube, den werden wir auch jetzt hier nehmen für den Apfelkuchen. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Wie gesagt, schaut mal auf die Seite von der Firma LensAid gerne vorbei. Und im Moment, es gibt glaube ich so eine Aktion, wenn ihr drei kauft, gibt es nochmal irgendwie Rabatt 20% oder so. Wie gesagt, ich habe meine, ich habe sehr viele davon, zeige ich euch hier mal, mit den wirklich unterschiedlichsten Mustern. Auch als Stein gibt es das Ganze. Nochmal als Holz habe ich hier auch, auch so rustikales altes Holz, so mit abblätternder Farbe habe ich auch. Finde ich auch cool, habe ich auch schon ganz viel Stockfotografie gemacht. Marmor-Geschichten, Stein-Geschichten und sowas finde ich mega. Der Vorteil von diesen Pappen ist natürlich, sie nehmen nicht viel Platz weg. Sie sind nicht schwer und sie sind wasserfest. Das heißt, ihr könnt sie abwaschen. Selbst wenn ihr mal einen kleinen Fleck drauf habt, wenn ihr zum Beispiel mit Eiswürfeln auch mal arbeitet, in der Fotografie mache ich auch ganz oft, könnt die super verwenden. Ihr könnt es abwischen, passt. Könnt ihr platzsparend irgendwo in die Ecke stellen. Aber wir machen das mal. Ich packe jetzt mal einen solchen Hintergrund jetzt mal hier in meine Unterlage. Und zwar nehmen wir mal, ach wir nehmen den hier, der gefällt mir gut. Und zwar, warte mal gucken, welchen wir hier als Hintergrund nachher nehmen. Ich hätte ja gesagt, wir nehmen weißen. Ich glaube, das ist der, der ich hier hingestellt habe. Ja, genau. Also, ihr Lieben, wir nehmen mal hier ein dunkles Holz. Wenn die kommen, wenn ihr die geliefert bekommt, sind sie gerollt. Kleiner Tipp. Sie sind gerollt. Da müsst ihr sie einfach mal irgendwo auf eine flache Unterlage mal einfach einen Tag hinlegen. Vielleicht ein paar Bücher auflegen. Und dann am besten nicht wieder rollen, weil sonst rollen sie sich natürlich zusammen. Ist natürlich eine Pappe. Ihr seht, meine sind ziemlich flach. Das heißt, ich lagere die dann immer hochkantstehend. Perfekt. Sind sie immer sofort einsatzbereit. So, ihr Lieben, Apfelkuchen hoch. Und jetzt nehmen wir hier mal die Unterlage drunter. Das Holz in dem Fall. Und dann packen wir hier unseren Apfelkuchen wieder hin. Und positionieren hier die Kamera nochmal neu. Ein kleines bisschen. Das sieht jetzt schon cooler aus. Das sieht wesentlich rustikaler aus. Als wenn ich wirklich so ein bisschen Landhausstil hatte. Das Ganze passt gut zum Apfelkuchen. So, und dann machen wir jetzt hier folgendes. Und zwar machen wir das nächste Foto. Aber erstmal ändern wir hier die Vorauslösezeit. Und zwar machen wir da zwei Sekunden draus. So, Fokus setze ich hier vorne wieder auf den Apfelkuchen. Und dann machen wir hier das nächste Foto. Zwei Sekunden Vorauslöser. Und dann haben wir hier das nächste Foto vom Apfelkuchen. Auch schon nett. Sieht schon cooler aus mit der Unterlage. Aber was natürlich stört, tja, wir haben keinen Hintergrund irgendwie so richtig. Auch das kann man natürlich ändern. Und zwar genau mit diesen Pappen hier. Tja, jetzt werden sich viele von euch fragen, wo mache ich die dann hin? Man kann die, wenn ihr eine Arbeitsplatte habt, kann man sie natürlich an die Rückwand stellen. Ihr habt irgendwo eine Wand hinten, dann könnt ihr so eine Unterlage hinten hinstellen. Wenn ihr allerdings einen freistehenden Tisch habt, so wie ich das jetzt hier habe, dann wird es schwierig. Tja, ich habe mich auch im Netz ein bisschen umgeguckt. Es gibt solche kleinen Systeme. Das sind quasi Ständer, die nur für solche kleinen Hintergründe gedacht sind. Und da zeige ich euch mal meinen allerersten Fehlkauf. Und zwar, ich zeige euch das mal hier. Und zwar habe ich mir hier auch so ein System gekauft. Das ist quasi, tja, wie so ein Galgen sieht es aus, wie so ein Tee. Es ist ein ganz, ganz leichtes, einfaches Stativ hier unten dran. Und dann war jemand sehr, sehr schlau und hat hier oben, tja, ein Rohr angemacht. Das Ganze könnt ihr abschrauben hier mit so einer Flügelschraube. Ist auch ziemlich wackelig, seht ihr. Und zwei so eine Klammern. Ich fand das damals cool. Habe es dann bekommen. Und da habe ich mich auch sofort geärgert. Denn dadurch, dass das hier oben rund ist, könnt ihr diese Pappe gar nicht darauf befestigen. Denn wenn ihr die anklipst, ich zeige euch das mal. Ich nehme aber nicht so eine Pappe. Die möchte ich mir nicht kaputt machen. Ich nehme mal hier so eine schwarze Pappe. Die ist nämlich wesentlich günstiger. Und wenn ich die jetzt hier anklammern will, tja, dann ist das ziemlich schwierig. Denn ihr seht es schon. Das Ganze wölbt sich natürlich hier nach innen. Im schlimmsten Fall macht ihr die kaputt. Und dann habe ich auch schon so viel zur Qualität. Ihr habt es gesehen. Das ist die Original-Klemme übrigens, die hier mit bei war. Da ist jetzt gerade hier der Halter abgefallen. Also ihr könnt es natürlich probieren, das Ganze hier oben ganz vorsichtig an diesem Rohr anzubringen. Das funktioniert manchmal. Und in der Regel schwipsen aber dann hier diese Klammern weg. Ist eine Katastrophe. Habe ich mich lange darüber geärgert. Mittlerweile habe ich mir dann doch ein anderes System gekauft. Es ist so ähnlich. Aber auch hier ist es von der Firma LensAid. Es war ja naheliegend, wenn die solche Untergründe bzw. Hintergründe vertreiben, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen einen Plan darüber gemacht haben, wie kann man das richtig machen. Und zwar zeige ich euch mal die Änderung. Das Grundprinzip ist eigentlich gleich. Ups. So, Grundprinzip ist eigentlich gleich. Ist genau so eine Konstruktion. Aber es gibt natürlich ein paar entscheidende Unterschiede. Hier oben, das ist Vierkant. Das heißt, ich kann hier super mit den Klammern, die auch hier mit bei sind, die auch wieder hochwertiger sind, meine Pappe hier anbringen. Sie hängt dann einfach perfekt gerade runter. Das ganze Stativ ist auch wesentlich besser gebaut. Es ist wesentlich stabiler. Es ist nicht so ein wackeliger Kram wie das andere. Und was ziemlich cool ist, ihr könnt hier oben diese Schraube lösen. Jetzt ist sie mir runtergefallen. Macht nichts. Sie heben wir gleich wieder auf. Und dann könnt ihr hier oben zum Beispiel einen Blitz raufschrauben. Hier oben habt ihr nämlich ein Gewinde, passend für einen Blitz oder auch für alle anderen Systeme. Ihr könnt hier auch ein Studiolicht oben raufpacken. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal hier nicht braucht, quasi diesen Aufsatz für die Studiohintergründe, dann könnt ihr das als normales Stativ nehmen, als Studiostativ. Das finde ich ziemlich cool. Ich hebe euch jetzt erstmal hier die Schraube auf. Nicht mir runtergefallen. Ihr seht das, bei mir ist es auch nicht frei von Pannen. Und was ich cool finde, wenn man vielleicht platztechnisch das Ganze manchmal nicht so positionieren kann, dass man es direkt hinter dem Tisch positionieren kann, dann gibt es hier noch eine zweite Schraube. Und dann könnt ihr das Ganze so quasi als Galgen machen. Ich drehe es euch mal andersrum, dann seht ihr es besser. So. Und dann kann man zum Beispiel den Nebentisch positionieren, dann die Pappe hier runter machen und dann funktioniert das Ganze. In meinem Fall möchte ich es jetzt aber so verwenden, auch die Schraube hier oben, die ist schon ganz anders, ganz anderer Schnack, viel hochwertiger. Also die haben sich schon was dabei gedacht. So ihr Lieben, das machen wir jetzt mal. Und zwar machen wir jetzt mal diesen Galgen, den stellen wir mal hier hinter. Und dann nehmen wir auch gleich mal unseren Hintergrund. So, ich muss bei mir auch ein bisschen basteln, damit es vom Platz passt. Und dann bauen wir das mal auf hier hinter. Stellen das mal so hin, dass wir hier auch die Pappe befestigen können. Und dann nehmen wir mal hier den Holzhintergrund. Genau, den nehmen wir, der gefällt mir gut. Und dann könnt ihr den hier super hier oben anklipsen. So, und dann seht ihr schon, auch mit den Klammern, ich gehe mal hier rum. Mit den Klammern hält das natürlich viel besser, weil es ist nicht rund. Also wer sich das hat einfallen lassen, dass es rund sein muss bei den anderen, kann ich nur sagen, der hat in seinem Leben noch nicht fotografiert. So, wir brauchen es noch ein bisschen höher. Das machen wir jetzt auch mal, dass wir möglichst viel davon auch haben. So, und da haben wir hier einen schönen Holzhintergrund. Das Ganze schieben wir jetzt noch mal hier ran. Und zwar nehmen wir jetzt hier unseren Untergrund, den wir haben. Und den schieben wir jetzt so dicht wie möglich hier ran, damit es aussieht, den optische Wirkung hat, als wenn es wirklich das Holz jetzt hier aufliegt auf der anderen Holzplatte. Wir haben jetzt Holz in Holz. Und dann machen wir mal das nächste Foto. Und das sieht schon cooler aus. Ich richte jetzt hier die Kamera noch mal ein bisschen aus. Ja, genau. Ich habe jetzt mit Absicht meinen Kuchen ein bisschen weiter links im Bild positioniert. Zeige ich euch gleich, warum. So, wir richten noch ein kleines bisschen mehr aus. So, so denke ich, ist es gut. Genau. So, und dann machen wir hier nämlich mal das nächste Foto. Zwei Sekunden vor Auslösung. Und dann seht ihr hier schon mal auf dem Foto, das wirkt schon ganz anders. Der mögliche Hintergrund, den auch ich hier habe im Studio, der ist weg. Und, tja, das sieht schon eher so ein bisschen aus wie ein Stockfoto. Aber ich finde es so noch nicht lecker. Und wie wir das jetzt lecker machen, das zeige ich euch mal. Dafür holen wir nämlich einfach mal ein paar Küchenutensilien und die verteilen wir hier. Und dann sieht es im Endeffekt so aus, als hätten wir diesen Kuchen tatsächlich, tja, als hätten wir ihn gerade aus dem Ofen geholt. Und das ist es dann, was nachher so ein Stockfoto ausmacht. Denn wenn ihr euch so etwas zum Beispiel mal anguckt oder Foodfotografie, dann ist es ja tatsächlich erst lecker, wenn man denkt, Mensch, das ist gerade angerichtet. Den hat mir gerade jemand hingestellt, den Kuchen, der kommt frisch aus dem Ofen. Das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Und wie wir das jetzt machen, das zeige ich euch mal, indem wir einfach ein paar Küchenutensilien hier verteilen, ringsherum um den Apfelkuchen. Und wie wir das jetzt machen, und wie wir das jetzt machen, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen dekoriert und einfach nur mit Dingen, die wir vielleicht zum Kochen oder zum Backen ohnehin in der Küche haben. Aber es sieht auf dem Foto eben ganz anders aus, viel ansprechender aus. Wir haben einfach zu dem Kuchen, der ja sowieso schon da war, habe ich nochmal ein Handtuch drunter gelegt, so ein typisches Küchenhandtuch. Dann habe ich hier ein paar Äpfel aufgeschnitten, denn die sind ja drin in unserem Apfelkuchen. Ich habe nochmal dekorativ hier ein paar Äpfel hingemacht, ein paar frische Äpfel, sieht auch immer lecker aus. Dann Zutaten, es sind Rosinen mit drin natürlich im Apfelkuchen. Und auch die habe ich hier auf eine kleine Schale geschüttet und schon sieht das Ganze aus, als kommt es hier aus Omas netter historischer Apfelbackküche. Was wir jetzt noch machen können und was natürlich auch diesen Untergründen nicht schadet, ist was Einfaches. Und zwar machen wir jetzt noch so ein bisschen so ein I-Tüpfelchen oben rauf. Denn wenn die Oma backt und dann sieht es natürlich nicht so aus, sieht man ja auch immer im Fernsehen bei den ganzen Kochshows, da ist nicht alles blitzblank sauber, sondern wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und damit das Ganze noch ein bisschen frischer wirkt, können wir natürlich hier noch einen entsprechenden Effekt hinzufügen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach ein paar von den Rosinen, denn die Rosinen sind ja auch drin im Kuchen. Und die streuen wir hier oben noch ein bisschen rauf, dann sieht es nämlich nochmal frischer auf. Und da wir natürlich ein bisschen geschlampert haben beim Arbeiten, weil es muss ja schnell gehen, die Kinder haben Hunger oder die Enkelkinder fallen natürlich auch ein, zwei Rosinen mal daneben. Und das macht auch überhaupt gar nichts. Und die können wir auch ruhig liegen lassen. So, und als I-Tüpfelchen oben, finde ich immer auf so einem Kuchen, da gehört oben noch ein bisschen Puderzucker drauf. Der ist jetzt natürlich original nicht drauf, aber den machen wir drauf. Und dafür habe ich mir hier das Küchensieb genommen. Dann machen wir einfach mal hier den Puderzucker oben rein, das Küchensieb. Kennt ihr vielleicht vom Kochen. Und dann streut ihr den über den Kuchen. Ich fülle erstmal das Sieb auf. Und dann können wir hier natürlich das Ganze so durchsieben über den Kuchen nochmal rüber. Und das kann ruhig ein bisschen drüber hinweg gehen. Das kann ruhig auch ein bisschen auf dem Holz liegen. Denn wenn die Oma kocht oder ihr selber oder backt ja vielmehr, dann sieht das natürlich auch so aus. Und das Sieb nach dem Backen packen wir natürlich hier wieder hin auf die Platte und lassen wir hier auch so liegen. Und dann haben wir jetzt hier quasi unser finales Setting. Und wenn ich mir das jetzt auf dem Foto angucke, dann ist das mega. Dann kriege ich richtig Lust jetzt hier gleich auch in diesen Apfelkuchen reinzubeißen. Und das werde ich wahrscheinlich nach dem Video auch machen. Aber wir machen jetzt mal nächstes Foto. Eine Sache habe ich jetzt allerdings noch verändert. Und zwar habe ich mir ein zusätzliches Licht hinzugefügt. Und zwar habe ich hier ein LED-Panel aufgestellt. Das steht hier vorne. Und nur dieses Panel wirft mir quasi von der Seite nochmal ein bisschen Licht drauf. Das hat so ein bisschen den Effekt, als würde auf der Seite jetzt ein Fenster sein. Und durch das Fenster würde jetzt ein bisschen Licht einfallen. Und wir haben die Seite des Bildes dadurch ein bisschen heller. Zum Beispiel, wir haben den Apfelkuchen jetzt zum Auskühlen ans Fenster gestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt mal, was ich sehe. Und das sieht schon ziemlich lecker aus. Ich würde vielleicht den Kochlöffel hier noch ein bisschen woanders hinlegen. Schauen wir mal, wo wir den hier noch zwischen kriegen. Ja, das sieht so auch gut aus. Vielleicht legen wir da auch noch ein paar Rosinen drauf. Das sieht auch cool aus. Als hätten wir quasi die Rosinen hier mit diesem Löffel da drauf getan. Ja, ich glaube, ich kontrolliere es nochmal. Ja, ich glaube, es gefällt mir gut. So, ihr Lieben. Und dann machen wir hier das nächste Foto. Zwei Sekunden vor Auslösung. Und dann haben wir hier mal einen ziemlich leckeren, tja, es sieht schon aus wie frisch gemachten Apfelkuchen. Ich habe ihn jetzt sogar noch in dieser Pappe, die hier drumherum ist. Da habe ich ihn drin gelassen. Ich werde ihn gleich nochmal rausnehmen. Und dann machen wir jetzt nochmal zusammen mit euch ein paar schöne Fotos. Ich verändere jetzt gleich ein bisschen die Kameraperspektive und dann zeige ich euch mal, was man jetzt aus dem Setting hier noch zusätzlich rausholen kann. Ihr seht also, mit einem ganz einfachen Setaufbau, mit einem ganz, ganz günstigen Setaufbau vor allem, könnt ihr ein cooles Foto, ein cooles Food-Foto machen. Da muss man gar nicht viel dazu kaufen. Die meisten Zutaten, alles, was ich hier auch aufgestellt habe, habt ihr wahrscheinlich zu Hause in der Küche. Wenn ihr mal ab und ab backen tut, dann solltet ihr das eigentlich bei euch in der Küche rumstehen haben. Die Deko macht es natürlich im Endeffekt auf so einem Foto. Und was ich immer entscheidend finde, ist ein schöner Hintergrund. Und vor allem, der Untergrund muss passen. Der muss auch zum Thema passen. Hier, das dunkle Holz, was ich hier gewählt habe, finde ich, passt natürlich, so ein bisschen so ein Landhausstil, super auch zu diesem Apfelkuchen. Und dann wirkt das ganze Foto schon ganz anders. Schaut es euch mal an, die Hintergründe, wie gesagt, haben immer zwei Seiten, sind immer beidseitig bedruckt. Gibt es bei der Firma Lensite, verlinke ich euch unten nochmal. Und wenn ich euch was ans Herz legen soll, Leute, dann ist das dieser Aufsteller hier hinten, den ich euch vorhin gezeigt habe, wo ihr dann diese Pappen quasi anklemmen könnt. Denn den braucht ihr definitiv, um das Ganze schön glatt zu machen. Ihr seht es hier, das ist super glatt. Das Ganze könnt ihr mit den beiden Klammern hier auch nochmal so ein bisschen spannen und habt den Mega-Hintergrund. Und den könnt ihr variieren. Wie gesagt, jede Papp hat zwei Druckseiten dann immer. Das heißt, wenn ihr vielleicht drei Stück kauft, bei Firma Lensite gibt es drei Stück, da gibt es schon mal einen schönen Rabatt nochmal dazu, wenn ihr drei so eine Untergründe nehmt. Und dann habt ihr sechs verschiedene Hintergründe oder Untergründe. Da könnt ihr schon richtig viel mit anfangen. Vielleicht habt ihr ja selber solche Fotos schon gemacht. Food-Fotografie. Dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wo fotografiert ihr das? Fotografiert ihr das bei euch in der Küche? Was räumt ihr alles weg? Wie groß ist euer Aufwand, um hier eine coole Zusammenstellung von so einem Foto zu bekommen? Oder fotografiert ihr das Ganze vielleicht so ähnlich, wie ich das mache? Mit einem entsprechenden Hintergrund oder hier auch mit einem Untergrund? Vielleicht sogar ja auch schon von der Firma Lensite? Dann lasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar da. Und wenn ihr das Ganze jetzt mal nachmacht bei euch zu Hause, muss ja kein Apfelkuchen sein. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes, eine leckere Torte, eine neckische Torte wollte ich sagen. Eine leckere Torte oder so, dann macht das Ganze doch mal nach. Macht mal ein Foto und dann schickt ihr mir das doch mal gerne als persönliche Nachricht auf meinen Instagram-Account. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn mir das Foto gefällt, dann poste ich das natürlich auch gerne bei mir in der Story. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Tja, so ein kurzer Ausflug in meine Fotografie, wenn es mal draußen schlechtes Wetter ist, mir ein bisschen langweilig ist und ich trotzdem ein gutes Foto haben möchte, dann mache ich solche Fotos. Zum Beispiel Food-Fotografie. Lasst mir dafür, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ich werde noch mehr, denke ich, aus dem Bereich Food-Fotografie, vielleicht auch Produkt-Fotografie für euch mal hier auf die Beine stellen, euch mal zeigen, wie ich das fotografiere, was man alles so fotografieren kann, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und dann verpasst ihr auch keins meiner neuen Videos. So ihr Lieben, da bleibt mir, wie immer am Ende nur noch zu sagen. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.